Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal Starbound. Das ist ein 2D-Game. Ich habe schon mal vorher ein bisschen gespielt, damit ich da nicht gleich nichts weiß, weil das Spiel ist relativ umfangreich. Und ich weiß halt schon so ein bisschen, was man machen muss, aber wirklich alles weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde mal sagen, wir drücken mal auf Start Game und erstellen uns neuen Charakter. So, hier können wir uns jetzt einen neuen Charakter erstellen. Denn, ich würde mal sagen, was gibt es denn alles? Evian, Apex, Florian. Damit hatte ich, naja, mittelmäßige Erfahrungen. Dann Novakid sind in Ordnung nach meiner Meinung. Glitch ist auch in Ordnung, aber ich bin immer noch dieser Hiyotl-Fan. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist halt der Name von denen. So, ich würde sagen... Komm, wir machen mal so ein Albino. Ach, das ist ein Bart, genau. Ich wusste gar nicht, dass das da... Naja, okay. Dann würde ich sagen, wir machen die Haare mal schwarz, einfach so. Die Finns... Ah ja, genau, das sind Jahre. Und da machen wir jetzt einfach mal... Hm, was sieht denn hier... Das hier, das sieht doch aus wie so ein, was weiß ich, Spinnenvieh, was versucht, Anführer zu sein. Dann haben wir hier nochmal ein Shirt. Ich würde sagen, ja... Shirt Color. Machen wir jetzt mal... Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Dann machen wir hier auch Legwear. Natürlich ein Rock. Nee, Spaß. Wir machen natürlich was anderes. Wir machen... Eine ganz normale Hose. Das passt auch. Und die hat der heute auch mal schwarz, einfach so. Das kann man... Ah ja, genau. Hier kann man einstellen, wie er dann laufen soll. Genau, der läuft jetzt einfach so. So schräg. Als Name machen wir natürlich... Shadow. Eins mal jetzt mal, weil ich hatte ja schon vorher die Spielstände. Und wir machen die Intro-Mission. Done. Wake up. Ja, wir haben ein bisschen... Verschlafen, würde ich mal sagen. Stand ja auch gerade alles da. Genau. Müssen wir mal hier die Türchen aufmachen. Hier können wir leider nicht reingucken. Ist schade. Alter, nur hier. Wir finden jetzt ein bisschen Pixel. Dann... Ja... Das ist eine Uniform, würde ich mal sagen. Kann man eigentlich... So. Ja, komm. Haben wir einmal so. Die Uniform. Zack. Dann haben wir hier nochmal ein Proster. Das ist einfach nur... Ich denke mal Müll. Naja, sieht das nicht so spannend aus. Können wir... Können wir einfach mal mitnehmen. Vielleicht wird das ja irgendwann noch nützlich. Dann sind wir hier bei der Info. Joa. Kann man sich hier was kaufen. Na komm. Ne Soda. Wenn wir es doch schon haben, können wir es natürlich gönnen. So. Die Vier. Und dann... Trägt wir auch mal Soda. Hoch. So. Ja, wirklich schnell. Naja, es ist halt nur Bonus-Energie, würde ich sagen. Hintergrund. Sieht man hier so ein paar Schiffchen, so ein paar Vierecke. Die fliegenden Tampons. Ähm. Der macht hier wieder gerade alles sauber. Dann sind hier oben die Vögel. Ist alles so friedlich. Jippie. Dann ist hier ein Baum mit komischen Glocken. Dann sind hier wahrscheinlich die ganzen... Anführer. Jey, wir waren wenigstens einmal Anführer. Sonst waren es immer nur Menschen. Naja. Ist das... Ne. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Da oben ist was. Kann ich da hin? Nee. Gut, dann gehen wir mal hier durch. Setzen wir es ja erstmal hin. Haben wir eh genug Zeit? Jawohl, doch nicht. Hier ist ein Toter. Nimmt die mit. Jump down, ja. Hä? Das hab ich grad irgendwie automatisch gemacht. Ich weiß nicht warum. Schade, ich will ja alles überfluten. Ihr seht, es hat auch... Ich weiß nicht, ob man es jetzt merkt, aber es hat auch eine ganz gute Wasserversicht, wenn man nochmal hier sieht. Das füllt sich halt immer mehr auf. Na da jetzt nicht, weil das soll ja jetzt nicht zuvoll werden. Hier wieder der Tentakel. Da müssen wir durch hier unten durch. Genau. Ey, lass mich hier durch. Cargo holen. Oh, dann gehst du da. Eine Waffe. Das ist doch mal schon was Schönes. Dann, ey. Ah, genau. So. Und wenn wir noch die Pixel mit. Und die Droh auch mitnehmen. Ne. Schade. Das ist so je, glaub ich, gegen diesen Tentakel kämpfen, ne? Aber gut. Das ist ja jetzt nichts schweres. Dann haben wir hier noch was in der Gäste. Und das ist unser... Schiff. Und das ist dann Starbound. Zumindest das Intro. Ich weiß nicht, warum der jetzt geschlafen hat, aber... Kann man ja mal machen. Oh, nee. Wir haben jetzt so eine blaue Krabbe. So, unser Schiff. Sieht. Naja. Ein bisschen kaputt aus. Was soll's. Ja, der wurde einfach von... Klaus attackiert. Das weiß ich. Das ist nicht unbekannt. Explore the orbiting planet. Gut. Dann müssen wir mal hier runter. Beam down. Und dann... Sind wir schon auf den ersten Planeten. Hier. Hier gibt's schöne Bäume. Hier gibt's alles Mögliche. Ist halt der Anfangsplanet. Da muss auch ein bisschen was drin sein. Ey. Komme ich hier? Ne. Die gehen, glaube ich, in eine andere Richtung. So, dann sind wir hier auf der Welt und... Es sieht in Ordnung aus, würde ich sagen. Die Welt ist jetzt nicht besonders schön und nicht besonders hässlich. Das geht. Und was ist hier? Fragments. Fragments. Ach, genau. Ich glaube, die müssen wir sammeln. Genau. Das brauchen wir. Soweit ich das noch weiß. Wir können mal, glaube ich, auch die Kisten hier mitnehmen, weil jetzt geht das. Du hast nichts dagegen, oder? Ich nehme nur kurz das Zelt noch mit. Ne? Alles in Ordnung bei dir, ne? Gut. Hier haben wir noch ein bisschen Pixel. Dann haben wir hier Eisen. Das ist... Boah, ein gutes Erz, würde ich mal behaupten. Sonst ist hier nichts mehr. Gut, dann würde ich mal sagen... Alle Kisten hier mit. Ich glaube, wir brauchen 20 Stück. Ja, das soll das, glaube ich, auch sein. Ah, ich hätte, glaube ich, nochmal hochgehen müssen und mir Taschenlampe holen müssen. Ah, ich mache das, glaube ich, mal. Oh Gott, da kommt schon ein Monster. Ist ja kein langer Weg. Dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, dann sind wir auch schon im Schiff. Und hier ist, glaube ich, unser ganzes Startzeug, was wir für den Anfang benutzen sollen. Ich würde sagen, wir machen hier die Flashlight hin. Und nehmen uns ein bisschen Dosenfutter mit. Dann gehen wir wieder runter. So, dann sind wir auch schon wieder hier vor der Mine. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach wieder runter. Zack, zack, zack. Und dann töten wir hier dieses komische Vieh. Ey, stirb. Danke. Ich würde jetzt mal gucken... Oh Gott, was ist das denn hier schon wieder alles? Nein, nein. Nein. Ich bin hier raus. Gut, das ist echt schwer. Müssen wir mal hier... Ein bisschen Salve nehmen. So heißt es, glaube ich, noch. Das kommt da... Ja, man hat hier aber echt auch keine Ruhe, ne? Frag mich mal, was die Viecher hier auskotzen. Ah, komm. Das läuft grad nicht so gut. Wir müssen das Vieh irgendwie... Na, da haben wir es auch schon. So. Endlich totes Vieh. Ist hier irgendwas? Oh, jetzt ist ja schon wieder so ein komisches... Was weiß ich, was das alles ist. Hä, wo ist es? Was macht es? Was tut es? Oh, Manipulator-Moduls waren das, glaube ich. Was gibt's hier Schönes? Ach du. Ähm. Ähm. Das war nicht so eine gute Idee, würde ich mal jetzt behaupten. Ach du Scheiße. Ah, Gott. Wir haben es grad noch so geschafft. Gerade noch. Sonst werden wir hier ja zu Hackfleisch verarbeitet. Bei dem Vieh kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass es uns zu Hackfleisch macht und dann uns einfach isst. Oh, Gott. Das komische Viecher hier. Wow. Das war echt gut getroffen, ne? Ich halt lieber meine Klappe. So. Jetzt kommt dieses komische Steinfieh. Gott. Was tut er schon wieder? Oh. Eine Pistole. Dann würde ich das mal so machen. Und dann haben wir hier schon so ein halbes Maschinengewehr, würde ich... Oh, Gott. Würde ich jetzt mal sagen. Also, halt in Pistolenform. So. Nehmen wir uns hier mal alles wieder mit. Find the Arcanic Energy Source. Hä? Ist das schon wieder so? Was ist das denn? Alter. Was seid ihr? Geht weg von mir. Wenn es solche Fledermäuse gäbe, dann würde ich nicht wissen, wie es ablaufen würde. Können wir das töten? Da. Ich lasse es lieber, bevor es hochspringt. Was ist das denn? Ein Fisch? Jetzt finde ich hier schon die Fische bedrohlich. Ach, komm. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist alles in Starbound. Einfach nur alles hier voll mit Viechern, die dich umbringen wollen. Und da habe ich gesehen... Ist ein Hammer. Das ist ja natürlich der Hammer. Ernsthaft? Ja. Ich mache nie wieder solche schlechten Witzern, sonst werde ich hier nur bestraft. Was ist... Was... Was macht das? Geht kaputt. Oh, Gott. So, und... Komm schon. Platsch. Und tot sind die Viecher. Dann ist hier ein bisschen Eisen drin. Noch mehr Eisen. Gibt es hier noch alles. Oh, ganz viele Sachen im Angebot. Ich weiß, wir müssen da lang gehen. Das ist nämlich hier... Man kann hier nicht mal was erklären, ne? Das zeigt hier nämlich so den Weg, wo man lang muss. Wir müssen theoretisch straight nach links, aber lieber im Obergrund, weil das einfach sicherer ist. Und wir können einfach die Kisten so abbauen und wir kriegen das Zeug. Das ist ja theoretisch logisch. Naja. Minz. Wenn man es in echt backen würde, dann hätte man da irgendwie tausend Sachen rumliegen. Leider hat man ja kein Inventar. Und tot mit dem Vieh. So. Oh, das ist... Die macht 3,3. Das klingt interessant. Hier... Das ist noch was Besonderes. Ah ja, Salbe. Genau. Können wir mal hier hin tun. Können wir mal auf X drücken. Und die Kisten abbauen. Jetzt möchte ich mal gucken, was das... Naja... Ich weiß nicht. Weil wenn das so langsam schießt, dann ist es glaube ich nicht so vorteilhaft, weil... Wenn das schon... Wenn das andere hier schon 0,8 macht und sehr schnell schießt, dann lohnt sich der andere Waffe glaube ich eh nicht. Das sind noch ein paar andere Sachen drin. Die nehmen wir hier einfach. Ach du Scheiße. Ach. Boah, dieses Spiel. Manchmal. Gott sei Dank kann man diesen Hammer gefurten. Sonst wäre ich glaube ich echt tot. Gut. Ich würde dann auch sagen, das wäre es von der ersten Folge. Wenn ihr davon mehr wollt, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und da würde ich das auch weiterhin bringen. Also... Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen viel spannender. Man kann da sein Schiff upgraden. Man kann... Andere Schiffe raiden. Also jetzt nicht zwar mit seinem eigenen Schiff, die irgendwie zerstören oder so. Aber man kann es halt... Mit etwas raiden. Aber ich verrate jetzt nicht, was es ist. Weil es wäre ein bisschen gespoilert. Ein bisschen vielleicht manche. Man kann sich hier... Ja... Stationen aufbauen. Man kann sich hier Kolonien aufbauen. Alles mögliche. Und... Wir sind gerade erst wirklich am Anfang. Wir haben jetzt wahrscheinlich so... Was weiß ich... 0,1% vom ganzen Spiel gerade erlebt. Das ist echt krass. Was dieses Spiel alles zu bieten hat. Es hat ja auch noch Mods und sowas. Also ich könnte auch irgendwann mal mit Mods spielen. Kommt jetzt drauf an, ob ihr es jetzt haben wollt oder nicht. Und... Ja... Dann würde ich sagen... Das wäre es dann vom Video gewesen. Sagt mir, wenn ihr es... Ja... Wenn ihr das Spiel öfters haben wollt. Oder ihr was anderes. Ich mache oben rechts eben eine Abstimmung. Könnt ihr abstimmen... Ob ich was anderes spielen soll. Zum Beispiel... Da mache ich ein paar Vorschläge mit rein. Und könnt ihr abstimmen. Und... Ja... Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und... Bis zum nächsten Mal. Bye.